einen wunderschönen guten morgen mittag oder abend für mich dass ihr wieder da seid herzlich willkommen zum nächsten video ich habe es schon gesagt ich weiß es gar nicht heute mal mystery wir fangen mit dem 5 scatter bonus an ich bin gespannt einer meiner absoluten absoluten hast du uns die bei mir eigentlich nie was gehört ja was du dich ändert sich das vielleicht ist das auch wie bei le bandit im letzten video ich bin gespannt wir gehen rein wir brauchen genau diese tue diese tue brauchen wir wir haben zwölf bin jetzt bitte direkt hinter ein direkt aber weiter jetzt schnell 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 die rutschen alle durch man hört man sieht aber die ja ok ok die nächsten zwei türen sind schon da wir haben sieben spins jetzt bitte wenigstens die vierte tür jetzt direkt hinterher dann kann es was werden dann kann es wirklich was werden ich bin gespannt ich bin lief doch keiner sagt ich bin lief nicht ich bin lief hier ok schild connected ist ein bisschen was oder er hat 200 euro auf die kosten doch 50 cent 21 euro ja ok 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 weiter weiter wir brauchen wir brauchen halt nächste tor wir brauchen das nächste türchen wir brauchen wir brauchen es wieder stark nach wieder in swan Daten das ist wirklich richtig relativ auf unserechedode 50 an das ist das kreis bis jetzt wenigstens die nahe oder wenigstens die vater wäre es wenigstens 0 auf 0 wahrscheinlich so leider wieder nur zwei woche 50 schwierig das hier wird der halbierer das ist vom schild ist noch mal schild bitte steht oder die blaue vase nix vorbei diesen schmutzigen grünen stein jetzt das bin ich glaube schon wenigstens jetzt schild 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 wieder nur diesen stein das ist der halbierer nicht mal der halbierer 84 euro 205 hat der kurschen kostet damit 20 euro sind wir reingegangen wie viel hat er gekostet 204 ja komm wir machen mystery auf 80 cent wenigstens vier skatter kommen schon 3 er ist schon mal da vier skatter muss viel skatter sonst müll oh come on vier skatter ja ok wenigstens vier skatter ok 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 ich glaube das sind zehn spiele ja zehn spiele ok zwei weniger als mit fünf skatter ich bin gespannt wir brauchen tore 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 ok erstes tor schon mal ganz da hinten ist ok ja ok wieder schnelle drei tore aber wir haben sie eben gesehen schnelle drei tore bringen auch nicht wirklich was schnell ist doch der tor wäre schmackhaft so kommen weiter 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 oh shit 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 nein ok sieben spins vier tore da ist doch das fünfte tor in greifbarer nähe oder das fünfte tor in greifbarer nähe oder das fünfte tor in greifbarer nähe oder das fünfte ja ok wenigstens die blaue vase die connected und ist das ein bisschen was oder 35 euro ja gut man sieht ich spiele dieses dort nicht oft ich kann es absolut nicht einschätzen jetzt die andere war sie noch nicht schade 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 viel zu selten dass hier mal ein gutes symbol durch connectet leider viel zu selten zwei spins haben wir ok jetzt aber come on tut mir das nicht an tut mir das nicht an wir haben noch ein spin jetzt bitte gönn mir doch einfach ein gutes symbol das sind lächerliche 32 euro für dieses vollbild hallo komm schon einfach gutes symbol ja das muss doch was sein das premium symbol am oh mein gott wie viel ist das hatte ich noch nicht hatte einmal vollbild im livestream aber mit einem relativ schmutzigen symbol wie viel ist das ich will nicht schreien der geht stein nach oben der geht stein nach oben der geht stein nach oben wie viel ist das oh mein gott was geht ab ich habe jetzt gedacht 1000x am alter ich sag mal so februar ist bis jetzt absolut im gönnermodus oh mein fucking gott oben ich bin gerade ein bisschen am zittern oh mein gott was ist das ich hätte es ich habe jetzt gedacht 800 bis 1000 euro habe ich einkalkuliert oh mein gott vollbild premium symbol ach du scheiße auszahlung ist da ich wollte eigentlich schon nach dem letzten der bandit und ich wollte bis 1000er chance geben oh mein fucking gott was mache ich jetzt oh mein gott ich bin überfordert ich muss mal kurz auf pause drücken oh mein gott ich weiß gerade nicht was ich machen soll äh ich würde sagen wir können ja wir machen nochmal mystery auf einem euro alter schwede krass 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 ich habe mir noch nie Glück gehabt ich habe zwar wie eben schon mal kurz erwähnt mal ein vollbild gehabt im letzten spin also fünf tore im live stream aber der hat nichts gegönnt und jetzt einfach fucking prämium symbol vollbild boah junge geistes krank geistes krank geistes krank ich war der wahrscheinlich es ist mir klar dass der bonus bei wahrscheinlich absolut müh wird es ist auch völlig okay ähm na so einem hit erwarte ich aber auch gar nichts mehr von der ist dort heute ja auch ja okay hat einfach 200 euro gefressen ja okay es war mir klar 0 euro 0 euro aber ist so in einem guten bonus bei kommt meistens nichts mehr ähm ich bin ein bisschen sprachlos tatsächlich ich bin ein bisschen sprachlos ich würde sagen wir kaufen nochmal auf 50 cent den 5 skater bonus und dann ähm ja krass 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 da ist halt dieses gute am non stinky es ist das gute am non stinky bonus ich bin noch nicht im bonus drin scheiße okay ja okay die letzten zwei bonus bei ist der hier inklusive waren wirklich fucking unnötig weil ja okay aber man will hat immer nochmal ein bisschen chance gegeben so ist es im live zu so ist es auch hier aber ich bin trotzdem zu zufrieden ein bisschen untertreten mystery museum krass okay 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 warte warte wissen wir wo ich spiele schaut gerne in der infobox vorbei ich sag es aber immer wieder spielt am besten gar nicht schaut die stream schaut die videos und falls es euch gefallen hinterlasst gerne ein kostenloses ab und ein daumen nach oben lasst euch nicht blenden durch diesen gewinn das wird bei euch wahrscheinlich nicht passieren nur weil ich jetzt beim letzten mal ein bisschen glück hatte aber ich wirklich februar jetzt schon besser als der jano bei mir jano war so durch wachsen februar schmeckt okay der war auch wieder mara quark ähm ja okay ist okay ist okay hat es fast zweimal 200 euro gerippt also die war eher unnötig ehrlich mich schon ein bisschen aber nicht alles gut alles tut dir alles gut ich würde sagen an der stelle machen wir die summe noch glatt ne die spiele ich jetzt einfach so ohne video falls noch was kommt mach ich noch mal die aufnahme an ich bedanke mich auf jeden fall für das zusehen hinterlassen gehen wie gesagt auf diesen geilen gewinnen einen daumen nach oben würde mich freuen bis zum nächsten mal bleibt gesund tschau tschau tschau